ja hallo und herzlich willkommen schön dass ihr heute wieder dabei seid bei dieser ausgabe jetzt bei armoured warfare und die operation frost schaden ist heute am start mit dem terminator 2 ja geiler panzer den spiele ich immer wieder gern weil einfach mit seiner kanone so unglaublich gut rollen kann und wenn die nicht durchkommt mit raketen also sehr sehr geil da freue ich mich schon drauf und jetzt legen wir mal direkt los ich bin hier top tier ich bin der einzige neuner sonst lauter achter aber schöne ist lauter kampfpanzer plus eine arti also das heißt die werden hoffentlich vorfahren so zack ja läuft schon mal richtig gut an drei weiter sehr schön schon die ersten paar tausend damage machen können und weiter geht's hier darf ich nicht so weit vorfahren es ist mir schon öfters mal passiert und dann steht man auf einmal vor vom gegner und hat riesige probleme aber hier mit dem rommel war kann ich da schon mich so ein bisschen nach vorne trauen nichts kaputt gegangen alles gut so hier werden jetzt gleich die nächsten gegner aufploppen das sekundär ziel spähe nach gegnern spähen wir doch einfach mal so gespät habe ich da hinten da kommen sie jetzt zack getroffen und wo geht es weiter kommt schon komfort wieder nicht ich glaube ich kann weiter vorfahren es ist ein wirkliches fun gerät also ich kann ja den pvp einfach nicht mehr beurteilen aber im pvpv macht er echt viel spaß ist läuft und ein wiesel das wiesel nämlich ja leidenschaftlich gern so die anderen haben dann noch mit ihrem dicken zu tun zack wiesel weg der arti hält hier bei mir ein sehr gut das wiesel weg hinter mir kommt schon danke das ist auch noch ein termin aber auf dem werk aber ich sag noch mal und der auch weg so also es läuft gerade richtig rund da gibt es jetzt einfach aktuell nichts zu merken ich hoffe mal unsere arti holt da den punkt aber schaut gut aus dass die darauf auch achtet so raketen lade ich auch mal eben nach was ich wieder hier voll im saft stehe aber ich glaube so wie es aussieht arti hat dann back deswegen musste sie mal anders machen aber da fährt schon einer hin sehr fein wird darauf geachtet hier auch schöne nebenmission abzuschließen so wie ich fahr auf die straße hier fühle ich mich wohler als da so in dem rast so mein freund und schon hätte es da viel los ist ja wahnsinn so weg leo will auch noch eine also es macht einfach spaß das gerät ich glaube ihr seht auch warum und die mission ist schon beendet leider hat scheinbar das mit dem einen nämlich schon irgendwie nicht geklappt also da war es was ich da aria schreibt to fast to easy also aber die mission hat er nicht erfüllt naja vielleicht war es auch einfach backt keine ahnung aber man muss sagen für stufe schwer was das gerade war es ist wirklich sehr leicht also da sollte wirklich noch eine höhere stufe kommt man muss sagen die anforderung die ist einfach zu wenig da muss noch ein bisschen mehr gefordert werden also da pfe sollte noch meines achten etwas mehr und etwas besser überarbeitet werden weil es trotzdem für mich der spaßigste modus ist und wir haben hier den bluster wir haben hier den schützen und teamwork also das war eine feine runde mit mit 19.900 schaden meilenweit auf dem ersten platz im damage auch gelandet und die details seht ihr hier dafür gab es 102.000 raus also war eine schöne runde mit einem geilen panzer den ich nach wie vor gern mag und es gab auch eine versorgungskiste stahl dafür also schöne runde mir jetzt gefallen ich hoffe ich auch bis zum nächsten mal euer al karamba